Heie Ja warte mein iTunes kräftig bevor du sagst, dass du da bist Immer's ist die 3,5 Gramm drinnen, das ist echt ein klingel Schnauze Heie kann ich hier schreiben, weil wir auf L hier, ähm, Hotspots sind Heil, Heil, Heil! Oh Gott, jetzt gehts wieder gegen German-Boys. Oh nein, die Mission ist übelst assi. Ist bei euch ein Load-Screen? Bei mir ist ein Load-Screen. Bei mir ist ein Load-Screen. Bei dir ist... Nein, alle sind ready. Wetten, dass es wieder am Heady scheitern wird. Ah, zu mir ist die Mission gehen. Was verstehe ich denn jetzt grad spielen wir eigentlich? Und ich. Recruit. Hoffe ich. Was, Recruit und der? Warum stoppt ein Roman die ganze Zeit? Keine Ahnung. Heady, geh aus dem Menü raus. Uh, safe. Vorsicht, er kommt gleich über den Japs. Uh. Wurfen wir nicht lang? Wurfen wir nicht lang. Wurfen wir nicht. Was war das? Es hängt. Bei mir... Hängt hoch. Es hängt. Bei mir hat sich's grad irgendwie kaputt gemacht. Ich hab Black-Screen gehabt. Ne, jetzt läuft's wieder, jetzt läuft's gerade. Ah, ich nehm gar nicht auf. Jetzt geht's. Meine Maus verhängt sich immer wieder in eurer Scheiß-Decke. Geh, was war das? Ne, du fackst die mit. Ne, wir sind's zubeln. Ne, wir sind's verhängt. Wir sind's hier. Das sind irgendwie German Boys. German Boys. Irgendwie gute Reiswehr. Ja Ohne Kleist, kein Lies Wer macht denn sowas? Er fühlst mich doch hier nie an Oh, rein Wetter Schalgewitter Was war denn hier für? Oh, fuck Alter, Markus Du rennst hier lang und mischst das Tor Ja, der Handy ist auch schon bei mir Hier gab es ja schönen C4 Seid ihr bei einem Wasserfall? Ja Weil er zu uns im ersten Mal gespielt hat, habe ich übrigens dort für Cases immer irgendwie das komische Abbruch Ja, ja, warte Hey, mach das jemand oder muss ich nehmen Wie krass Oder müssen wir am Ars dann noch Der Drunker ist schon gecleared Den habe ich gemacht Den habe ich gemacht Ja 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 So eine komischie Totenkarte Echt? Die kann man auch hier finden Ja Genau, Emily Oh, die können mich halt nicht gerade selber weggesprengen Oh, die können mich halt nicht gerade selber weggesprengen Ah, die Zauber Das wird hier auf keinen Zauber Wann sind wir endlich in Berlin? Hm? Wann sind wir endlich in Berlin? Wir sind bald in Berlin Wir sind bald in Berlin Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ich glaube ich habe da gerade noch mal Punkte daraus geholt Hey, what on me? We keep moving, Koloski Let's go Oh, it's low Gibt's hier keinen Marathon-Pirk Okay, was? Marathon-Pirk Come on, come on, come on, come on Kann man sich in Black Ops 2 eigentlich Perks aussuchen? Oder bloß die Attachments? Nein, man kann nicht Perks aussuchen Let's go Das ist richtig, man Wir hören mit dem Lambda auf das Black wie Scheiße Wisst ihr nicht, was ihr alle habt? Und nicht da? Der Kost Und? Ja Ich verweck mich Ja Das war auch schon im letzten Zombie-Modus so Da habt ihr jetzt nie toleriert, wie ich den Planberger benutzt hab Was? Wohin? Was? Zombies? Kennt ihr bei MV2 die EMP-Mission? Die EMP-Mission? Ja, nachdem du aus dem weißen Haus raus bist, wird ja so eine EMP detoniert Ich dachte, da fängt der Zombie-Modus an, wenn man sich das erst mal gezogen hat. Ja, bei zwei fängern die Zombie-Modus. Ja, schwer ist es aber, als ich das Spiel neu hatte... Stressen bitte! Ja, jetzt machen wir No Stress, Alter. Ach, wenn du mich nie hättest. Danke. Ich bin, glaube ich, gerade aufgestiegen oder so. Also, der Mocker ist schon durch. Was? Weißt du, wie weit du schon durch bist? Oh yeah. Geht's denn da hoch? Hier. Ja, Mr. Master muss mir immer die Leiter klauen. Ja. Mich dabei runterhauen, also... Wenn ich dich kniffern könnte, würde ich das machen. Ah, wirklich. So. Ich bin noch nicht dran. Ich will jetzt gar nicht hin, dass ich Zweiter bin. Nee, Erster. Nee, Erster. Schlau. Ich bin noch nicht dran. Ich bin noch dran. Ich bin noch dran. Ich bin noch dran. Ich bin noch dran. Oh, Alter. Danke. Wo kommt die gerade nachher? Danke. Ich höre die. Ich höre auch mit runter. Oh, wieder gesiegt. Heil gesiegt. Geht ihr wieder weiter? Nee. Doch. Langweilig. Oh, was hat denn Muffin essen? Ah, ist mal ein Schluck. Medic! Da hat man eine Granate auf das Auto. Ich warte immer noch auf den Moment, wo das funktioniert, dass wenn du Makarov töten willst, bei der Mission, wo du den Special Agent Spiels von dem großen, dass du eine Granate vor das Flugzeug nerven kannst. Und wenn der ausschreckt, dass der explodiert geht, aber nicht. Die breit vom Flugzeug ab und killt den. Was er auch schon mit Max probiert hat, mein Alba, der hat sich irgendwo dahinter gelegt und trotzdem konnte den Makarov nur töten. Mensch, nur vier Kills, ey, Mann. Schlecht. Ja. Was hat der gemacht? Die Mission, wo Makarov dann in einem Klankenwagen steht und so bam, wie er schießen will. Bei MW2. Warte, warte, warte.